Untertitelung des ZDF, 2020 Sie sind ja fast gemütlich. Wir haben schon Nächte an schlimmeren Orten verbracht. Zumindest ich. Was ist das für ein grausamer Gestank? Das bist wohl du. Ich diene der Kirche nicht mehr. Hast du die Miene des Priesters gesehen? Als hätte jemand in sein Weihwasser gepisst. Das ist eine solche Dinge, wo du eine Möglichkeit hast, zu machen, was du mit einem Karten zu machen, wenn du 8 Jahre alt bist, in der Näheberhöhung. You know, you throw a towel around you as a cape and, you know, get this, get like one of these long cardboard things that they have industrial strength saran wrap on, you know, and that was it. You know, you were Rob Roy and here I was, you know, living it out with real broadswords and, you know, and real regalia. The horseback element of it was one of the more seductive aspects for me because I had done a number of jobs where I had to be on horseback and never ever got myself comfortable so that I could say I had a decent seat on a horse. And it was, it's one of the great regrets and I said, okay, well, here's an opportunity because virtually I spent 70% of the movie in the saddle in this film. And here's an, here's an opportunity to sort of finish something off that I'd always dreamed about, you know, being able to say I could kind of do. Hold it, steady it, steady it. And now. What's that? Die Hexe ist besinnungslos, ihr wurde gestern Nacht ein starkes Beruhigungsmittel verabreicht. Öffnet die Zelle. Die Hexe wird nun fortgeschafft. Sie ist ein junges Mädchen. Der Schein trügt. Sie ist ein junges Mädchen. Felsson! Haltet sie fest! Haltet sie fest! Sie muss schleunigst nach Seabrach gebracht werden! Nun ist sie ruhig gestellt. Was für ein Wahnsinn ist das? Ein Fluch aus der Hölle. Er wurde uns auferlegt von der schwarzen Hexe. Ihr seid alle schuldig, weil ihr mit dem Teufel paktiert. Nicht erwartet! Tut es! Nein! Ich bin Bamen von Blybrook. Euer Name ist Legende. Ihr müsst die Hexe nach Seabrach bringen. Und dort ihre Kräfte zerstören. Ist das die Hexe? Nicht in meinen Augen. Ich nehme das Mädchen mit, aber wenn sie nicht ist, was ihr sagt, werdet ihr sie nicht verbrennen. Ihr seid nicht wie die anderen. Glaubt ihr, dass ich eine Hexe bin, Bamen? Lasst euch nicht täuschen. Sie erkennt die Schwäche in unseren Herzen. Und was sie sieht, wird sie gegen uns benutzen. Ihr fürchtet mich nicht. Oder etwa doch? Diese Männer sind kampfbereit. Bleibt in einer Reihe hinter mir. Sie verteilen gegen den anderen Aufhärzer. Sie müssen bestraft werden. Beenden wir das! Wir brauchen mehr Weihwasser. Wir brauchen mehr Weihwasser.